Das Korps Palazia Bonn ist ein Korps, das seit dem Ausschluss aus dem Kösender Seniorenkonvenzverband nicht mehr pflichtschlagend ist. Es vereint Studenten und ehemalige Studenten der rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Die Chormitglieder werden Bonner Pfälzer genannt. Couleur Palazia hat die Farben Violett-Weiß-Rot mit silberner Percussion. Die Füchse trugen ein Fuchsenband in Violett-Weiß-Violett mit silberner Percussion, das jedoch 1974 abgeschafft wurde. Der Wahlspruch der Pfälzer lautet Fortes und Palma Florebit, der Wappenspruch lautet Sinceri Constanta. Geschichte Das Korps Palazia ging aus der Bonner Tischgesellschaft der Treveraner hervor. Deren prominentestes Mitglied soll der junge Jurastudent Karl Marx gewesen sein, der hier als 17-Jähriger eine unbeschwerte Zeit erlebt und auch den Katzer kennengelernt hatte. Am 10. August 1838 wurde die Trierer Tischgesellschaft zum Copps Palazia Bonn. Gründungsmitglieder waren Franz Karl von Gärtner, Ludwig Simon, Eduard Linz, Karl Krug von Nieder und Friedrich Schneider. Es war seit dem Jahre 1856 Mitglied im Kösener Seniorenkonvenzverband. Im 19. Jahrhundert zählte das Korps vor allem Mitglieder aus industriellen und Unternehmerfamilien zu seinen Mitgliedern. Es waren aber auch zahlreiche Politiker in den Rhein der Pfälzer zu finden. In dieser Zeit galt das Korps Palazia als das wohlhabendste aller Korps. Palatians Ehrenmitglied Alexander von Kler unterstützte Leonhard Zander 1881 bei seiner Kösener Reforminitiative. Im Jahre 1933 wurde unter dem Druck der NS-Regierung in den Studentenverbänden, auch im Kösener Seniorenkonvenzverband, der Arie-Grundsatz eingeführt. 1934 forderte zudem der Allgemeine Deutsche Waffenring bei seinen Mitgliedsverbänden den Ausschluss der Judenstämmlinge und jüdisch Versippten. Daraufhin löste sich das Korps Palazia am 12. Oktober 1935 im Hotel Continental in Berlin wegen der Unvereinbarkeit des Korporationswesens mit dem Nationalsozialismus auf. 1953 wurde das Korps rekonstituiert. Fünf Jahre später wurde erwogen, die Pflichtmensur abzuschaffen. Als Mutprobe mit der Waffe sei sie, zumal vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkrieges, keine zeitgemäßwürdige Fortsetzung alter ritterlicher Tradition. Außerdem sei der erzieherische Wert fragwürdig bei lediglich einer Pflichtmensur jedenfalls aber gering. Eine sportliche Bedeutung sei der Mensur auch nicht beizumessen. Diese Erwägungen führten am 22. Mai 1958 auf dem Kösener Kongress in Würzburg dazu, dass Palazia den Antrag stellte, das pflichtgemäße Schlagen von Mensuren als Voraussetzung für den Erwerb eines Burschenbandes im KSCV abzuschaffen. Da jedoch keines der anwesenden Mitglieder des Korps Palazia die für die Reception in ein Kösener Kops mindestens erforderliche Mensur gefochten hatte, stellte der CC der Renania Bon den Antrag, die Vertreter des Korps Palazia auszuschließen. Dieser Antrag wurde angenommen. Daraufhin wurde der vorherige Antrag der Palazia nicht mehr behandelt. Dies führte zum Ausschluss des Korps Palazia aus dem KSCV. Am 5. Juli 1958 schafften die Pfälzer die Pflichtmensur formal ab und waren damit das erste Korps, das diesen Schritt tat. Auswärtige Beziehungen Das Korps Palazia ist heute Verbands- und Kreisfrei unterhält aber seit 1998 ein befreundetes Verhältnis mit dem Korps Bremensia Göttingen, das 1971 aus ähnlichen Gründen wie die Palazia aus dem KSCV ausgetreten ist. Vor dem Ausschluss aus dem KSCV bestanden mehrere Verhältnisse zu anderen Korps des Verbandes, unter anderem zum Korps Hannoverer Göttingen sowie zum Korps Palazia Straßburg, mit dem das Korps Palazia Bon den sogenannt Violettenkreis bildete. Bekannte Mitglieder, nach Geburtsjahr geordnet Franz von Gärtner, Landrat des Landkreises Saarbrücken, Stifter des Korps, Fabian Karl-Ottocca von Feilitsch, Professor für Physik an der Universität Greifswald, Hermann Pülchau, Hamburger Richter und Abgeordneter, Eduard Linz, Arzt, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung, Anton Fonck, Landrat des Landkreises Adenau und des Rheingau-Kreises, Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses. Albert Kuhlwein, Kreisgerichtsdirektor, Rittergutsbesitzer, Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses. Ludwig Gerhard Gustav Simon, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung, Ferdinand Herf-Arzt. Werner Käufel, Kreisgerichtsrat, Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses. Heinrich Lanz, Rittergutsbesitzer, Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses. Hermann von Malinkot, Industrieller und Politiker. Josef von Bruhr, Landrat des Kreises Main. Karl Ludwig von Weizel, Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses und im Reichstag des Norddeutschen Bundes. Eduard Schenk, Mitglied des Deutschen Reichstags. Robert von Reizenstein, Landrat des Kreises Recklinghausen. Ernst Ronke, Schriftsteller und Journalist. Heinrich von Feder, Rechtsanwalt und Politiker, Mitglied der 2. Badischen Kammer. Heinrich Brunn, Archäologe. Heinrich Donnenberg, Dominus Präses und Ehrenmitglied des Akademischen Clubs zu Hamburg. Christian Lutheroth, Advokat, Gutsbesitzer, Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses und der Hamburgischen Bürgerschaft. Hermann Welker, Professor für Anatomie an der Universität Halle. Gustav Borny, Landrat des Landkreises Prüm. Philipp Wilhelm Plesing, Lübecker Senator, MDR, Clemens August Schröder, MDR, MdHDA. Karl Heinrich Lottner, Oberbürgermeister von Koblenz. Hugo von Bonin, Rittergutsbesitzer, Mitglied des preußischen Herrenhauses. Georg Dieterichs, Hannoverischer Finanzminister und preußischer Landrat. Victor Stomps, Landgerichtspräsident Ehrenbürger von Elberfeld, Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses. Otto von Kler, preußischer General. Rudolf Schulz, Mitglied des Deutschen Reichstags. Alfred von Kapengst, preußischer Generalmajor. Lambert Rosbart, Landrat der Landkreise Löbau und Leneb, Kreisdirektor des Kreises Schateau-Salins, Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses. Alexander C. Z. Walliner, Landgerichtsrat, Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses. Heinrich Alfons Plesing, Lübecker Senator. Georg Tilenius, Badearzt und Reichstagsabgeordneter. Paul von Jordan, Landrat der Landkreise Neustadt in Westpreußen und Wiesbaden. Fritz Pauli, Mitglied des Reichstags des Norddeutschen Bundes. Herbert Victor Anton Pernice, Professor der Rechte und Rechtsvertreter der Familie von Hessen gegen Preußen. Wilhelm Simon, Vorsitzender des Direktoriums der Berlin-Hamburger Bahn, Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses. Karl-Peter Klügmann, Politiker und diplomatischer Vertreter der Hansestädte Bremen, Hamburg und Lübeck, Mitglied des Reichstags und des Bundesrats. Ernst T. Wall, Historienmaler, Direktor der Unterrichtsanstalt des Kunstgewerbemuseums Berlin. Gustav Gottfried Keil, Landrat. Robert Freiherr von der Heid, Landrat in Eupen und Essen, Zivilkommissar in Straßburg, Bezirkspräsident des Oberelsas in Kolmar. Richard Maas, Amtsgerichtsrat, Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses. Justus von Rosenberg, Gruschinski, Landrat der Kreise Duisburg und Müllheim, Ruhr, Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses. Werner Mayer, Landrat des Landkreises Halberstadt, Fritz im Rock, Musikverleger. Oskar von Weiß, Rittergutsbesitzer, Landrat des Landkreises Soldin M.D.H.D.A. Albert Heer, Oberregierungsrat, Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses. Emil von Jordan, Mitglied des preußischen Herrenhauses. Siegfried von Quast, Radensleben, RP auf Radensleben in Neuruppin, Landrat des Landkreises Neuruppin, Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses. Friedrich von Köhlichen, Rittergutsbesitzer, Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses. Adolf von Deines, preußischer General der Kavallerie. Rudolf von Bitter, der Jüngere, preußischer Kron-Syndikus und Mitglied des preußischen Herrenhauses. Max von Bellen, Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses. Polizeipräsident in Potsdam, Regierungspräsident des Regierungsbezirks Köln. Anton Opfer, Geldpolitiker, Mitglied des Reichstags und des preußischen Abgeordnetenhauses. Paul von Basse, Gutsbesitzer, Landrat in Steinfurt und Hagen. Willibald von Dirksen, kaiserlich-deutscher Gesandter, Politiker und Kunstsammler. Paul von Nehrich, Rittergutsbesitzer, Zuckerindustrieller, Vorsitzender des Vereins der Deutschen Zuckerindustrie. Werner Pöchau, Kaufmann und Abgeordneter der Hamburger Bürgerschaft. Wilhelm Johannes Wenzel, Immobilienmakler, Mitglied der Hamburger Bürgerschaft. Karl Schmidt-Polex, Industrieller. Georg Coats, Botschafter. Justus Karriere, Zoologe in Straßburg. Gustav Lahusen, Kaufmann. Hermann von Schapy, Landrat und Ministerialbeamter in Preußen. Richard von Schnitzler, Bankier, Industrieller und Metzen. Paul von Schnitzler, Jurist, Gutsbesitzer und Industrieller, Aufsichtsrat der I.G. Faben, Kurt von Berg-Schönfeld, Polizeipräsident von Kassel und Hannover, Regierungspräsident der Regierungsbezirke Stade und Hannover. Alexander Bauer, Senator der Stadt Altona. Alexander Lukas, Industrieller, Mitglied des Preußischen Abgeordnetenhauses. Walter vom Rat, Naturwissenschaftler, Jurist und Unternehmer, Aufsichtsrat der I.G. Faben, Mitglied des Preußischen Abgeordnetenhauses. Hans von Hellmann, Mitglied des Reichstags. Fritz Nödling, Paläontologe. Rudolf Püngeller, königlich-preußischer Amtsgerichtsrat und ein international anerkannter Lepidopterologe. Karl von Pastor, Landrat des Kreises Malmedy und des Landkreises Aachen. Ernst Falkenthal, kaiserlicher Kommissar. Wilhelm Wiesent, Landrat des Landkreises Thurgau. Max von Sand, Regierungspräsident in Aachen, kaiserlicher Verwaltungschef für Belgien. Robert Coeller, Landrat des Landkreises Genießen. Viktor C. Eduard Schnitzler, Mitglied des Preußischen Abgeordnetenhauses. Wilhelm von Meister, Politiker und Diplomat. Franz Thilo, Landrat des Landkreises Grottkau. Georg Fliesbach, Rittergutsbesitzer, Mitglied des Preußischen Abgeordnetenhauses. August Theodor Schmühle, Landrat des Landkreises Kosten. Ernst Wichelhaus, Rittergutsbesitzer, Landrat des Landkreises Breslau. Herbert von Meister, Vorstandsvorsitzender der Farbwerke Höchst. Arnold Bossig, Großindustrieller. Hans Schröder, Professor für Frauenkrankheiten und Geburtshilfe. Erwin Wilkins, Rittergutsbesitzer, Landrat des Landkreises Bremberg. August von Rossbad, Landrat des Landkreises Birnbaum, Rittergutsbesitzer, Mitglied des Preußischen Abgeordnetenhauses. Alexander von Grunelius, Landrat des Landkreises Hersfeld, Mitglied des Provinziallandtags der Provinz Hessen-Nassau. Bankier Edgar Hamiel von Heimhausen, Diplomat Edgar Lörs, Verwaltungsjurist und Ministerialbeamter. August Schrepfer, Landrat des Landkreises Oschersleben. Karl Schröder, Landrat des Landkreises Wittgenstein, Mitglied des Provinziallandtags von Westfalen. Bernhard Grund, Jurist, Industrieller und Politiker. Otto Gürz, Fabrikant, Präsident der Industrie- und Handelskammer Bonn. Alfred Leverkus, Chemieunternehmer. Robert Hartmeier, Zoologe. Walter Schöller, Chemiker. Vorstandsmitglied der Schering, Karlbaum AG. Walter Breskes, Fabrikant. Franz Hamiel, Großindustrieller. Otto Louis-Werkus, Junior, Chemieunternehmer. Hans von Chamier Glitschinski, Landrat der Landkreise Monschau, Düsseldorf und Greven Bräuchneus. Vizeregierungspräsident von Erfurt. Georg Geil, Zigarrenfabrikant. Georg von Schnitzler, Vorstand der IG. G. Farben, Andreas Predüll, Ökonom, Rektor der Universitäten Kiel und Münster. Karl Gelbke, Vorstand der Preußischen Hypotheken-Aktienbank. Herbert Mumm von Schwarzenstein, deutscher Diplomat und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus. Ernst T. Duart vom Rat, Diplomat und Botschaftssekretär in Paris. Georg Christoph von Unruh, Rechtswissenschaftler. Martin Haushofer, Mitglied des Bayerischen Landtags. Mark Ulrich von Schweinitz, Botschafter in Burkina Faso.